Die Schlupflid-Operation gehört zu den häufigsten Operationen im Bereich der ästhetischen Chirurgie. Dabei geht es darum, abgesunkene Oberlider, also das, was der Volksmund Schlupflid nennt, die einen müde und traurig, vielleicht sogar grimmig aussehen lassen können, wieder zu öffnen. Oder stärker abgesunkene Schlupflider, die sogar eine Sichtfeldeinschränkung vornehmen können, wieder zu straffen, um damit das Sichtfeld wieder zu vergrößern. Welche Operationsmethoden für Sie sinnvoll sind, das können wir am besten im persönlichen Gespräch in der Ästhetik-Klinik klären. Vielen Dank.